Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Genau, du sagst es, Bianca. Heute befinden wir uns hier. Ich hatte ein bisschen Blut hier. Wir haben nämlich schon ein Teil gedreht. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt. Dazu komme ich später. Wir befinden uns nämlich heute hier. In einem Halloween-Battle. Was? Falsch. Halloween-Battle. Genau. Danke für die Rettung. Wir haben heute ein Halloween-Special und zwar absolutes Battle am Start. Wir machen um die Wette. Wer es schafft, den anderen besser gruseliger, nicht besser, gruseliger zu gestalten, sage ich jetzt mal. Und meins halt ist schon komplett abgeliefert. Bibi hat schon abgeliefert. Und ihr müsst euch entscheiden. Ja, jetzt stimmt ab mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr sagt, Julian, wow, das war gruselig, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Oder wenn ihr sagt, Bianca war gruselig, dann gebt ihr einen Daumen nach oben. Hallo, meins war ein M***. Könnt ihr natürlich gerne, wenn ihr mich einfach mögt, Sympathie-Daumen nach oben geben. Nein. Würde ich mich persönlich riesig drüber freuen. Ich habe eine Tüte. Du musst mal eine Tüte. Wir waren in einem Laden einkaufen. Ja, okay, komm jetzt. Fang an. Bianca hatte ich schon in dem Video, falls ihr es gesehen habt, diese gruseligen Spinnnetze. Ja, warte mal kurz. Nein. So, pass auf. Ihr müsst wirklich einen Daumen nach oben. Diesmal wirklich. Ich hätte gerade eben fast dieses Farbwasser gedacht. Weil ich möchte halt auch beweisen, dass noch kleinere YouTuber gegen dich gewinnen können. Und das ist mir persönlich halt einfach wichtig für die... Boah, bist du gehalten worden. Ich dachte mir, ich habe mich natürlich auch nicht ganz loben lassen, aber auch einen kleinen Dekoartikel besorgt. Einen aber einen kleinen. Der ist klein, aber der ist halt wenigstens gruselig, ja. Ich will einen Kreisschritt noch am Kopf hängen. Pass auf. Oh nee, bitte sag nicht, der kann Musik machen. Nein. Was ist das denn? Eine scheiß Anschaltung. Ah! Alter, der schlägt ja voll auf den Tisch. Er hat sich im Spinnnetze verstanden. Ja, du hast den da einfach mal stehen. Ich muss natürlich gucken, ich konnte natürlich jetzt auch ein bisschen aus deinem Fehler lernen. Boah, das ist eigentlich voll gemein. Vor allem hat er sich furchtbar darüber aufgeregt, dass ich zum Beispiel Make-Up oder einen Puderpinsel und sowas benutzt habe. Ja, aber natürlich muss ich den ja auch bekommen, weil sonst hätte ich ja auch Make-Up, konnte ich ja nicht in diesem Halloweenladen kaufen. So, ich habe dir erstmal, ich beginne mit dem Kleid, hat Bianca natürlich als letztes gemacht. Das war nicht so schlau von mir. Ich habe dir ein Halloween-Kleid besorgt. Oh nee, echt jetzt? Sieht das nicht geil aus? Er sieht schon sehr gruselig aus. Bin ich da eine Hexe? Ich würde dich doch mal ganz kurz bitten, das einmal anzuprobieren. Bianca! Anprobieren. Danke, du hast meinen Effekt verkackt. Och nee. Boah, tut mir leid, ich habe das Licht übrigens extra so gedämmt und so schlecht gemacht. Aber das Kostüm ist viel cooler als meins. Ist das richtig hier mit dem so? Mhm. Keine Ahnung, bin ich Kostüm-Profi oder was? So, ich habe einmal Make-Up Special Wax gekauft. Das habe ich auch. Das hast du auch? Dann habe ich hier noch... Auch nochmal Wax, wieso hast du nur zwei verschiedene... Und nochmal Wax. Hä? Warum habe ich ein dreimal Wax gekauft? Och Juli, ernsthaft jetzt, wieso kaufst du dreimal Wax? Und wieso hast du besseren Wax als ich? Was willst du? Einfach, dass du ein bisschen nach da rutscht. Du volle Hübe. Das ist ja steinhart, Mann. Ja, das ist immer so. Dann musst du es weich kleben. Scheiße, was soll ich dir mal sagen? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Boah, dieses Ding nervt voll, dieser Kragen. Ja, ich hatte eine Latex-Glatze auf dem Kopf. Was machst du da? Du kommst mir ja hier... Hä, aber der hält ja gar nicht. Der hält ja gar nicht, der Wax. Wie soll das denn halten, bitteschön? Cooler Scheiß-Wax! Boah, werde ich hier richtig aggressiv, ne? Ich glaube, das ist wie eine riesen Popel. Respekt auf jeden Fall an alle Masken, Bild, ne? Okay, machen wir deine Haare erst einmal nach da hinten, ja? Sieht gruselig aus? Nein, sieht aus, als hätte du Popel im Gesicht hängen. Aber scheiße, ich habe das Make-up vergessen. Darf ich nicht Make-upen? Ich habe zwar schon Make-up am Gesicht, aber ja. Weißt du, Make-up an einem Schwamm, ne? Nicht mit einem Affektschwamm! Juli, das ist ganz normales Make-up, du trägst es gerade... Boah, Bianca, du musst mir schon ein bisschen Vertrauen schenken. Okay. Gib mal einen Daumen nach oben, wenn gerade die Sonne scheint. Das ist eine Wasserfarbe. Leute, ich habe keinen Plan davon, was ich gerade mache. Boah, Leute, ich male das jetzt alles rot an. Scheiß mal auf die Paaren. Ich male jetzt mal, dass du so voll die Schatten im Auge hast, weißt du? So. Bist du zufrieden mit deinem Werk? Ich habe nämlich noch was supergeiles. Warte, das zeige ich dir erst später. Ich habe nämlich noch einen Wurm. Boah, ist das ekelhaft! Das ist ein Wurm, der aus dem Gesicht rauskommt. Oh, nee, bitte mach so eine Scheiße, nee. Das ist geil, oder? Überleg euch, das ist so ein Wurm, das sieht so aus, als würde der aus deiner Haut raus. Ich will keinen Wurm, der aus meinem Hals rausklettert. Funktioniert doch niemals. Der ist halt jetzt einfach falsch rum, der Wurm. Der Wurm ist verdammt nochmal falsch rum. Wieso? Ja, weil der andersrum kleben muss. So. Iiiiih, guck mal! Jetzt kommt hier ein Wurm aus dem Hals! So, das ist das nicht wahr! Das ist das Weitere, dann habe ich noch Lippenstift und Kunstblut. Diesen Lippenstift habe ich extra so einen roten. Ich habe lila Lippenstift gekauft. Ich habe euch jetzt die gute Bibi mal ran gesucht. Das sehe ich gruselig aus. Ich finde, das sieht gar nicht mal so übel aus. Okay, Leute. Oh, das ist eklig. Oh, nicht hier meine Nase. Ja, dachte ich bei dir eben, oh. Boah, sieht das geil aus, ey. Das hört sich so ekelhaft an. Sieht echt scheiße gut aus, oder? Ich habe extra noch so eine dunkelrote Blutfarbe geholt. Die ist voll gut! Und jetzt habe ich verschiedene Bluttöne, Leute. Das müsst ihr natürlich mit in die Bewertung einnehmen. Ach, alles juckt. Alles juckt. Ich muss nicht kratzen. Ich hatte auch noch eine Latexmaske. Ich muss nicht kratzen. Jetzt mal ohne Scheiß. Schlecht ist das nicht, oder? Nicht noch mehr. Ich habe schon vor mir Blut in meinem Mund. Doch, ich habe nämlich noch Hörner gekauft. Oh nein, ist das sein Ernst? Die Hörner. So. Wenn der Kleber jetzt bei dir hält, bin ich echt sauer. Bei mir hat er nämlich nicht gehalten. Boah, der hält super, der Kleber. Och, na, no. So? Wo war das andere Horn? Oh, es geht auf, es geht auf! Oh, scheiße. Du hast dich bewegt. Ich habe ihn nicht bewegt. Mein ganzes Gesicht juckt so sehr. Das habe ich aber auch. Halb nicht! Ach, Mann. Ich glaube, alles klebt gerade bis auf die Hörner. Kann ich Make-up auf den Pinsel machen? Oh, nein! Scheißhorn! Ach, Mann, das ist kacke, dass diese Drex-Hörner nicht halten. Doch, jetzt hält sie. Verkauft man Kleber? Nein, wir verkaufen Gesichtsgeber. Der kennt man leider nicht. Hast du mit nur einem Horn? Ist mir jetzt auch scheißegal, Mann. Oh, nee, übertreib'n nicht. Übertreib'n nicht. Wo ist denn jetzt das Make-up? Du musst das nur drüber nachfragen. Was machst du? In der Stimme rein? Ah! Wieso benutzt du eigentlich die ganze Zeit immer wieder neue Pinsel? Das ist mein guter Augenbrauen-Pinsel, den du anstattst. Ja, dann hätte ich den auch hier hingelegt am besten. Nicht noch mehr Blut! Okay, reicht. Liebe Leute, seid ihr gespannt? Jacke! Boah, das ist, das ist... Warte, lasst uns, lasst uns die Lichter dämmen. Jetzt guck nicht so süß! Nee, komm. So, jetzt geh mal kurz, wir gehen jetzt mal zusammen in den Spiegel. Okay, reicht. Ich will mit dem Arm kurz mal... Ja, okay, komm. Live-Reaktion in den Spiegel. Bist aber grad hart, voll. Ich hab noch nie mal mit dem so'n Geräusch gemacht. Dieser Zaun ist der aller, aller, aller ekelhafteste. Weißt du das? Das ist voll gut. Das ist echt gut. Aber du hast viele Übergänge verkackt und... Ich hab halt Scherzen. Aua. Ja, komm, geh jetzt wieder einfach. Das ist voll ekelhaft. Okay. Seid ihr gespannt für die gruseligste Aufnahme? Was? Das solltest du tun, als würde es dir wehtun. Nicht äh. Ja, kann ich ja nicht wissen. Ich hab den Horn rausgerissen, man. Natürlich tut das weh. Hinterlass mir einfach den Daumen nach oben. Belichtung ist heute auf jeden Fall richtig hart getroffen. Ich bin ein Horn. Das Horn konnte mir auch auf deinen Mund kleben. Dann hören wir heute erstmal nicht mehr so viel von dir. Ah, ich bin ein Horn. Na, das gefällt mir. So, Freunde. Das war's soweit mit meinem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Gebt mir unbedingt. Ich flehe euch an. Gebt mir einen Daumen nach oben. Ich bin echt so ein Typ, der immer gewinnen will. Und ich würde gerne... Ja, aber treibt man sich eine Lage. Ja, okay, aber treibt... Stell dir mal vor, ihr seid auf dem Friedhof. Nachts alleine. Keine Ahnung, warum. Fragt einfach nicht. Ihr seid nachts alleine auf einem Friedhof. Geht da einfach gerade lang. Und plötzlich... Hinter so'n Baum... Okay. Das ist schon verdammt guseligt. Nicht wahr? Daumen hoch bei mir. Ich muss... Ich muss... Das ist jetzt alles ausspucken. Tschöö. Oh, das ist egal. Und ich muss... Weg istse. Ich beende jetzt auch mal das Video. Klickt jetzt hier unten. Infobox. Oder hier oben. Wie heißt die Teile? Oben rechts links. Wie heißt die Teile? Infokarten. Infokarten. Danke. Schaut die Infokarten. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020